Ich bin die Caro, bin 20 Jahre alt, bin jetzt im fünften Semester und komme aus Düsseldorf. Mein Name ist Christine, ich bin 22 Jahre alt, auch im fünften Semester und ich komme aus Aachen. Mein Name ist Nicole, ich bin 22 Jahre alt, auch im fünften Semester und komme aus Krefeld. Die Besonderheiten bei uns sind doch eigentlich, dass wir ziemlich praxisnah studieren, also viele Praktika haben, auch viel mit Geräten arbeiten und viel im Labor sind. Ja genau, also das selbstständige Arbeiten vor allem, das erlernen wir hier auch. Ja, wir sind halt auch eben in kleinen Gruppen und ich finde, dadurch hat man eben auch so die Nähe zu den anderen Studenten, zu den Professoren. Und ich finde auch allein die Möglichkeiten, die man wahrnehmen kann, zum Beispiel in Projekten oder so, da kann man sich eben auch selber aussuchen, in welche Richtung man gehen will, ein bisschen mitentscheiden. Auch das integrierte Langzeitpraktikum ist schon was Besonderes bei uns. Dass man wirklich drei Semester lang ein eigenes Projekt hat, das man selbst leiten muss, das hat man sonst nicht eigentlich. Besonders bei unserem Studiengang ist eben halt auch, dass man ein Praxissemester einschließen kann in den Studienverlauf. Das ist dann ein halbes Jahr, also ein Semester lang ist man im Betrieb, hat ein Praktikum und da kann man eben halt Praxiserfahrungen sammeln und davon dann auch profitieren. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass hier viel praktisch gearbeitet wird, deswegen eben auch, ja man viel anwesend sein muss und viel Zeit investieren muss. Ja und das geht eben einfach nicht von zu Hause aus, sondern man muss eben viel hier sein auch. Es gibt natürlich auch, ja, Vorlesungen und sonstiges, was die Woche schon ganz gut ausfüllt. Man sollte auf jeden Fall auch noch darauf achten, dass man am Anfang sehr viel chemisches und physikalisches Basiswissen hat. Beispielsweise ist auch Mathematik dabei und das wird am Anfang auch kurz, sag ich mal, abgeschlossen. Aber das ist definitiv auch ein großer Teil des Studiums und wenn jemand jetzt große Angst vor diesen Fächern haben sollte, muss er sich vorher ganz genau überlegen, ob er das dann wirklich auch durchzieht oder nicht. Wobei wir natürlich auch super Tutorien haben, womit man das auch super bewältigen kann. Ich würde gerne direkt, wenn es geht, in einen großen Betrieb gehen. Ich erhoffe mir auch, dass ich durch das Praxissemester, was ich nächstes Semester gerne machen möchte, auch schon mal eine Stelle finde und dass ich dann nach dem Abschluss auch direkt eine gute Stelle habe, wo ich dann auch, wenn es geht, langfristig bleibe. Ich gucke mal, was das Praxissemester jetzt bringt, wo ich jetzt mit erstmal anfange und dann nach der Bachelorarbeit gucke man mal, was dann kommt. Weißt du dann schon so thematisch, also in welche Richtung du arbeiten willst? Ja, auf jeden Fall so Produktentwicklung ist ja ziemlich interessant. Ja, das ist bei mir auch so. Da werde ich eben halt im Praxissemester jetzt mal reinschnuppern und gucken, was da so los ist. Da sehen wir uns auf jeden Fall nicht, weil ich wollte auf jeden Fall ins Lebensmittelrecht gehen. Das fand ich ziemlich interessant. Genau, bei mir ist es auch eher so Produktentwicklung, auch Sensorik interessiert mich sehr. Ja, dazu gehört ja auch mal die ganze statistische Auswertung, aber das mache ich eben auch gerne, da hätte ich schon Interesse dran. Ja, wir sind eigentlich alle in dem gleichen Langzeitprojekt, also Qualitätsmanagement, haben da aber noch unterschiedliche Teilgruppen. Also wir haben uns zum Beispiel damit befasst, dann ein Brotbier zu brauen. Also das ging eben darum, dass es so viele Reste an Brot gibt, die weggeschmissen werden und ob man das nicht eben weiterverarbeiten könnte in ein Bier und eben einen Teil vom Malz durch Brot dann ersetzen. Ja, also wir haben das Bier gebraut und dann auch analysiert, also es war ganz cool. War eben auch sehr praktisch. Sehr lecker. Also ich befasse mich in meinem Projekt mit regionalen Produkten, dass man erstmal schaut, was versteht man eigentlich unter regional, da es darum geht, dass auch regional als Qualitätsaspekt verwendet wird und man möchte dann gerne auch herausfinden, wie weit ist es denn wirklich eine bessere Qualität oder nicht. Also ich finde, das Klima ist hier sehr gut und sehr aufgelockert. Also dadurch, dass man in den Kleingruppen sich eigentlich fast alle kennt, ist das sehr aufgelockert und alles so ein bisschen freundschaftliches Verhältnis hier. Ja, das finde ich auch, also besonders auch mit den Professoren, durch die Langzeitprojekte lernt man viele Professoren auch etwas näher kennen, man ist also nicht anonym für sie und man hat nicht das Gefühl wie in der Universität, dass überall tausend Studierende sind, man kennt niemanden, die Professoren kennen niemanden, aber man hat eigentlich hier so ein bisschen ein vollschaftliches Verhältnis. Ja, ich habe das auch unter den Studenten als angenehm empfunden, dass man sich eben wirklich hilft, so im Gegensatz zur Schule, also es ist eben sehr viel stärker, dass keiner dann sagt, okay, das habe ich erarbeitet, da gebe ich dir jetzt nichts von ab, da helfe ich dir nicht, sondern es ist wirklich so, dass jeder jedem hilft, das ist mir schon sehr aufgefallen. Ja, dass man sich auf jeden Fall auf der Hochschulseite schon mal ein bisschen umschaut, auch was es für Fächer gibt, damit man eben weiß, was auf einen zukommt und dass man eben auch, wenn man im Studium ist, die ganzen Angebote, die es gibt, die eben auch freiwillig sind, dass man die eben wahrnimmt, um sich so weiterzuentwickeln, mehr zu erfahren, in welche Richtung man gehen will, das bringt einen schon weiter. Ja, man kann sich eben halt auch auf der Internetseite schon als Studieninteressierter darüber informieren im Modulhandbuch, was denn Teile des Studiums sind und wie das so alles aufgeteilt ist. Das ist ganz interessant, ist auch gut verständlich, also einfach mal reingucken. Ja, wem das nicht genügt, der kann sich natürlich auch nochmal bei der Studienberatung melden oder auch mal bei dem Schnupperstudium teilnehmen. Das sind auch schöne Möglichkeiten, einfach mal wirklich in einer Vorlesung dabei zu sein und zu schauen, ist das was für mich oder wäre es jetzt gar nichts für mich.